Moin Leute, der zweite Spieltag der 1. Bundesliga steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt, wie die ganzen Spiele zu Ende gehen. Bedenkt auch immer, das ist lediglich eine Prognose. Das sind nicht meine Tipps FIFA erspielt das und ich kommentiere das letztendlich dann nur. Außerdem bin ich kein ausgebildeter Kommentator. Dementsprechend Sprachfehler durchaus mal denkbar. Wenn ihr Interesse auf ausführliche Berichte zu den Samstagsspielen habt, ich habe die Konferenz oben in der Infokarte verlinkt. Die habe ich mal nachgespielt und zusammengeschnitten. Würde mich freuen, wenn ihr da auch reinschalten würdet. Ansonsten geht es jetzt eben los mit Hannover gegen Dortmund. Viel Spaß dabei und tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, wenn ich das nicht schon gesagt habe. Aber jetzt viel Spaß mit der ersten Partie. Los geht's! Zum Auftakt des zweiten Spieltages der Bundesliga war Hannover 96. Der Gastgeber in der HDI-Arena für den BVB, die gegen Leipzig überzeugen konnten. Letztendlich souverän mit 4 zu 1 gewann, auch wenn die Deutlichkeit des Ergebnisses etwas über den Spielverlauf hinwegtäuschte. Hier hatte Hannover die erste Möglichkeit. Wallacy ist das nach sieben Spielminuten sehr auffällig. Der Neuzugang vom HSV in dieser Partie. Hier muss Bürki nicht eingreifen. Aber auch Dortmund konnte Akzente nach vorne setzen. Keine 10 Minuten gespielt. Dann ist das Marcel Schmelzer auf Maximilian Philipp. Der aber nur das Außennetz trifft. War gegen Leipzig noch etwas glücklos geblieben. Nicht sein Tag gewesen. Hier zeigte er von Anfang an, dass er aber bereit ist, seine Position auszufüllen. Halbe Stunde gespielt. Eckstoß von der linken Seite. Super reingetreten. Und am zweiten Pfosten fällt dann Diallo. Der Ball auf den Kopf und das 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Erstes Saisontor für den Innenverteidiger. Drückt den Ball über die Linie. Sorge ist im Endeffekt noch mit dem Kopf dran. Aber kann es nicht mehr verhindern. Das war jetzt die beste Phase der ersten Halbzeit. Und Axel Witzel konnte sogar noch das zweite machen. 36. Spielminute. Das 0 zu 2. Hannover wurde überrumpelt. Dortmund war hier qualitativ mittlerweile eine Stufe drüber. Und vor der Pause gab es nochmal die Möglichkeit. Marco Reus alleine auf dem Weg vor Michael Esser stehend. Und der Abschluss gar nicht verkehrt. Esser mit einer überragenden Tat ist noch mit den Fingerspitzen dran. Und verhindert so das 0 zu 3 vor der Pause. Sodass im zweiten Durchgang noch zumindest denkbar gewesen wäre, das 1 zu 2 und das 2 zu 2 möglicherweise zu erzielen. Und Hannover spielte auch nach vorne. Nach 54 Minuten ist das Niklas Füllkrug mal wieder mit einem Abschluss. Der wäre auch vorbeigegangen. Abgefälscht. Kein Problem für Bürki. Hannover 96. Aber weiterhin gut in der Partie. Und die Möglichkeiten wurden nicht kleiner. Bebu nochmal mit dem Abschluss. Schmelzer schmiss sich rein. Bürki. Tolle Doppeltat. Besonders der erste Schuss. Klasse. Pariert. Viertelstunde noch vor Tore. Schluss. Nochmal die Möglichkeit. Asano. Aber es sollte irgendwie nicht sein an diesem Freitagabend. Dortmund. In der ersten Halbzeit konnten sie diese Partie gewinnen. Im zweiten Abschnitt war es nicht mehr sonderlich stark, was die Schwarz-Gelben aufs Feld brachten. Und dennoch konnten sie relativ souverän als Sieger vom Platz gehen. Durch zwei schnelle Tore im ersten Abschnitt. Gewinnen sie aber auch nicht unverdient zum Auftakt des zweiten Spieltages. Das Topspiel des zweiten Spieltages lautete VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Am letzten Spieltag der letzten Saison gewann die Stuttgarter mit 4 zu 1 gegen Bayern. Und hier traten sie auch durchaus selbstbewusst aus. Auch wenn sie durchaus in den letzten Partien nicht so gut drauf waren. 1 zu 0 gegen Mainz verloren. Im Pokal gegen Rostock rausgeflogen. Hier bewiesen der erstmal etwas bessere Moral. Und auch ein gutes Spiel. Aber Bayern eben nicht zu verhindern. Das ist Arjen Robben. Klasse Schuss. Aber ganz knapp auch vorbei. Viertelstunde gespielt. Zieler wäre hier wohl ohne Möglichkeit gewesen. Der typische Robben. Nur diesmal schlug er nicht im Winkel ein. Der FC Bayern übernahm jetzt die Partie. Wieder im Strafraum. Franck Ribéry ist das. Legt ab. Martínez aber etwas glücklos. Trifft den Ball nicht optimal. Und dementsprechend geht er relativ weit über den Kasten hinweg. Hinweg. Weiterhin der erste Durchgang. Das 0 zu 1 war jetzt eigentlich eine Frage nur noch der Zeit. Wieder Arjen Robben. Wieder Arjen Robben. Und Lewandowski scheitert am überragenden Ron-Rober-Zieler. Klasse Tat. Eine super Partie des Stuttgarter Hintermanns. Super Reaktion. Fährt den Arm aus. Und verhindert das 0 zu 1. Aber im zweiten Durchgang änderte sich das Bild dennoch nicht. Sie waren eigentlich gewarnt, die Stuttgarter. Und dennoch konnten sie es nicht verhindern. Erstmal Ron-Rober-Zieler. Der den Ball hier vielleicht auch komplett klären kann. Vielleicht komplett klären muss. Und dann ist Thomas Müller da. Und schiebt den Ball ein. Die 51. Spielminute. Das 1 zu 0 hochverdient für die Münchner Gäste. Es kam, wie es kommen musste, die nächste Möglichkeit. Und das nächste Tor. Frank Ribéry. 2 zu 0 für Bayern. 57 Minuten gerade mal von der Uhr. Und die Partie schien jetzt im zweiten Durchgang innerhalb kürzester Zeit schon entschieden gewesen zu sein. Der FC Bayern München hörte nicht auf und wollte den nächsten Treffer erzielen. Lewandowski auf Müller. Und das nächste Tor geschah auch. 66. Jetzt war es endgültig klar. Die Partie hat ihren Sieger gefunden. Auch wenn Stuttgart noch mal vieles nach vorne tat. Es war letztendlich etwas zu glücklos. Süle dazwischen. Aska Sieber mit dem Abschluss. Aber eben nicht der erwünschte 1 zu 3. Ehren- oder Anschlusstreffer. Es gab aber auch noch mal den Eckstoß. Auch der wurde noch mal gefährlich. Gentner. Aber für Neuer auch keine größere Aufgabe. Sodass Bayern im Endeffekt hoch verdient. Mit 3 zu 0 gewinnt. Auch die Höhe ist in Ordnung. Stuttgart hat sich lange Zeit mit diesem 0 zu 0 sehr gut geschlagen. Aber dann brach es über sie im zweiten Durchgang herein. RB Leipzig musste nach dem 4 zu 1 gegen Dortmund sicherlich einmal öfter schlucken. Auch wenn die Partie viele gute Züge aufwies. Ein 4 zu 1 für Ralf Rangnick und seine Elf eigentlich nicht zu dulden. Und so traten sie hier auch auf gegen Düsseldorf. Die noch unglücklich 1 zu 2 gegen Augsburg verloren. Die erste Möglichkeit hier aber noch zu ungefährlich. Werner durfte von Anfang an ran. Und diesmal ist noch ein Knie dazwischen. Wenig später gab es dann Strafstoß. Zimmermann der Neuzugang aus Stuttgart. Foult Forstberg im Strafraum. Absolut unnötig. Und die Möglichkeit zum 1 zu 0. Das ist Timo Werner. Scheitert aber an Michael Rensing. Und Stöger klärt das Ganze. Dann die Riesenmöglichkeit vergeben. Und auf der anderen Seite gab es dann die Möglichkeit für Düsseldorf zum 0 zu 1. Hennings auf Stöger. Abgefälschter Ball. Peter Gulaschi passt aber auf. Und verhindert das 0 zu 1. Aber weiterhin die Elf von Friedhelm Funkel. Sehr gut in der Partie. Gulaschi ist aber wieder dazwischen. Und kann wiederum den Rückstand verhindern. Guter Einsatz etwas unsicher. Es stand aber 0 zu 0 zur Pause. Leipzig wurde dann wieder stärker. Mussten wohl von Rangnick sich einiges anhören. Müssen diese Spieler. Und dann kommt so ein Schuss von Emil Forstberg. 49. Spielminute. Überragender Treffer. Oben links rein. Keine Chance für Rensing das 1 zu 0 zu verhindern. In der Folge war dann Leipzig besser und selbstbewusst dann noch in der Partie. Kevin Kampel. Kevin Kampel. Aber noch zu harmlos. Dieser Abschluss geht weit, weit am Kasten vorbei. Doch Düsseldorf versteckte sich nicht. Das 1 zu 1 wäre denkbar gewesen. Sie versuchten es. Das ist Hennings. Und Stöger. Aber eher, eher Linksfuß. Das sieht man in der Situation. Trifft den Ball nicht optimal und kann dann nicht treffen. Es gab dann mehr Platz, mehr Räume für Leipzig. Forsberg auf Werner, der hier das 2 zu 0 machen muss, um den Deckel auf diese Partie zu machen. Es gelang ihm aber nicht in dieser Situation. Hätte man auch mal reinmachen können. Es wurde aber relativ wenig später von Yusuf Paulsen egalisiert. Denn es war nicht mehr relevant. 79. Minute die Entscheidung in dieser Partie. 2 zu 0 für Leipzig. Auch wenn Düsseldorf alles probierte. Hier zumindest noch das 2 zu 1, um es wieder spannender zu gestalten, zu erzielen. Aber Gulashi war auch immer wieder dazwischen. Klasse Spiel vom Ungarn im Leipziger. Carsten Hennings hier auch wiederum etwas glücklos. Leipzig gewinnt im Endeffekt auch verdient mit 2 zu 0, auch wenn sich Düsseldorf extrem gut geschlagen hat. Nach zwei Spielen stehen sie mit 0 Punkten relativ weit unten in der Tabelle. Eine bittere Pleite musste der FC Schalke 04 im letzten Spiel in Wolfsburg hinnehmen. 94. Spielminute. Daniel Ginczek mit dem Stich mitten ins Herz. Die Königsblauen hatten hier aber die bessere Anfangsphase. Guido Burgstahler muss hier nach drei Minuten eigentlich das 1 zu 0 erzielen. Überragende Möglichkeit mit seiner Qualität. Ist er auch in der Lage hier das Ding zu machen. Jahrstein kann sich freuen, dass er da nur hinterhergucken muss und nicht hinter sich greifen musste. Kalou in der neunten Minute mit diesem Ball auf Marvin Plattenhardt. Und das hätte das 0 zu 1 sein müssen. Klasse Konter von Hertha BSC. Schalke wirkte irgendwie etwas verunsichert nach der Pleite gegen Wolfsburg. Und nur wenige Minuten später wieder die Hertha. Valentino Lazzaro hatte das 1 zu 0 auf Ibizovic vorbereitet. Und so auch hier. 16. Spielminute wedert Ibizovic. Wieder bedient von Valentino Lazzaro. Und Hertha BSC führte mit 1 zu 0. Das war bis dahin auch nicht unverdient. Schalke wollte direkt antworten. McKennie auf. Serdar überragender Ball. Kein Abseits. Marc Uth. Marc Uth etwas zu weit nach außen getrieben. Jahrstein kann parieren. Verhindert den postwendenden Ausgleich. Schalke hätte hier ausgleichen können. Vielleicht sogar müssen. Aber vor der Pause kamen sie nochmal. Die Elf von Tedesco. Durchaus angestachelt von den Fans. Aber auch von außen. Von der Trainerbank gab es viele Korrekturen. Immer wieder taktische Anweisungen. Es sollte aber noch nicht mit dem 1 zu 1 klappen. Im zweiten Durchgang wurden sie weiterhin drückender und stärker Eckstoß. Und Naldo scheitert aber an Jahrstein. Der den Ball hier aus dem Winkelkratz. Klasse tat von ihm. Auf der anderen Seite gab es dann auch nach einer knappen Stunde einen Eckball. Von der linken Seite. Und da wurden sie nervös. Da wurden sie vollkommen zu Recht nervös. Die 62. Spielminute. Hertha BSC mit einem überragenden Auswärtsspiel machten hier das 2 zu 0. Und Schalke lief jetzt diesem 2-Tore-Rückstand hinterher. McKennie auf Amine Harit. Aber es war ihm einfach nicht vergönnt hier zu treffen. So dass Schalke nach und nach die Zeit wirklich davon lief. Es war nicht unmöglich. Wenn der reingeht, dann hätte es nochmal richtig spannend werden können. Es war schon jetzt die 90. Minute angebrochen. Vielleicht ein doppelter Lucky Punch in der Nachspielzeit. Marc Uth auf Caligiuri. Aber auch das sollte nicht sein. Schalke verliert zweimal in Folge zum Saisonauftakt. Jetzt mit 0 zu 2 zu Hause gegen Hertha. Das hatte man sich anders vorgestellt. Etwas unglückliche Umstände. Aber Hertha muss man auch das Kompliment machen. Super eingestellt gewesen zu sein über die vollen 90 Minuten. Etwas Glück dann auch gehabt mit dem Abschlusspech der Schalke. Aber sie gewinnen eben und starten mit 6 Punkten in diese Saison. So, das waren die Spiele der jeweiligen Einzelpartien. Jetzt gibt es noch die Konferenz-Tore zusammengefasst. Wenn ihr die ausführlich sehen wollt, die Spiele, die sind wie gesagt oben in der Infokarte verlinkt. In der kompletten Konferenz. Da seht ihr dann sozusagen die vollen 90 Minuten. Jetzt schauen wir aber nochmal auf die Tore, falls ihr keine Lust oder keine Zeit habt, die Konferenz komplett zu sehen. Schauen wir zuerst auf Hoffenheim gegen Freiburg. Wo Mike Franz in der 35. Spielminute das 1 zu 0 für die Gäste erzielen konnte. Baumann ohne Chance. Das 1 zu 1 vor der Pause noch von Steven Zuber. Macht er den Ball mit dem rechten Fuß unten links rein. Aber vor der Pause nochmal Freiburg. Chico Höfler. Doppelter Abschluss. Baumann erst noch dazwischen. Aber dann konnte er nichts mehr machen. Und in der 92. Minute in der Nachspielzeit. Mike Franz mit dem Doppelpack entschied diese Partie. Leverkusen gegen Wolfsburg startete gut für Leverkusen. 45. Minute Kai Havertz mit dem 1 zu 0 steht am zweiten Pfosten völlig blank. 61. Minute dann Kevin Vorland mit dem zweiten Treffer überragender Schuss. Links rein keine Chance für Huynh Kastilz. Und auch das dritte Tor von Kevin Vorland konnte sich sehen lassen. Unhaltbar für Kastilz. Frankfurt gegen Bremen ein überraschend offensichtlicher. Und Herber siegt der Bremer Rashidka nach 7 Minuten mit dem 1 zu 0. 39. Philipp Bargfrede mit dem zweiten Treffer. Dann sogar in der 49. Minute bzw. in der 45. Minute plus 4. Das 3 zu 0 bereits von Milot Rashidka Doppelpack. Also an diesem Samstagnachmittag nach der Pause dann in der 76. Yuya Osako mit dem 0 zu 4. Der auch in der Folge noch das fünfte erzielen konnte in der 85. Minute. Und so gewinnt Bremen mit 5 zu 0 in Frankfurt. Augsburg gegen Gladbach. Da konnte André Hahn nach 13 Minuten das 1 zu 0 erzielen. An Sommer vorbei. Das egalisierte nur wenig später Fabian Johnson. 17. Spielminute. Guter Schuss. Gut bedient. Keine Chance für Giefer. Und vor der Pause sogar noch das 1 zu 2. Tobias Strobel gegen Giefer. Etwas mit Glück, der ja noch dran war. Bei Nürnberg gegen Mainz ging es in der zweiten Halbzeit los. Jean-Philippe Mateta. Der Neuzugang mit dem 1 zu 0. Und sogar das zweite Tor von Pablo de Blas. Eine Viertelstunde vor dem Ende hier. Sorgt aber noch nicht für Berührung, weil Nürnberg nochmal rankam. 79. Yuya Kubo ist das, der den Ball reinmachte. Aber letztendlich hat es nicht mehr gereicht. So und jetzt seht ihr nochmal im Überblick alle Ergebnisse. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Und bedenkt, es ist lediglich eine Prognose. Und es sind nicht meine Tipps, dass es von FIFA erspielt und hat meistens relativ wenig mit der Realität zu tun. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao.